Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Nintendo eShop Game Selection. Hier sind Dennis Hiller und Hagen Geritz von gamersglobal.de. Ihr kennt bestimmt Brettspiele wie Monopoly, doch wusstet ihr, dass ihr diesen und andere Klassiker gemeinsam auf eurer Nintendo Switch spielen könnt. In dieser Folge legen wir in UNO die Karten auf den Tisch, schwingen uns in Monopoly zum Immobilienmogul auf, werden in Istanbul zum besten Kaufmann und lösen Verbrechen in Cluedo. In UNO müsst ihr so schnell wie möglich alle eure Karten von der Hand abwerfen, indem ihr passende Farben und Zahlen zugebt. Aufgewertet wird der Titel durch Aktionskarten, die eure drei Mitspieler aussetzen oder zusätzliche Karten ziehen lassen. Die Nintendo Switch-Version des Klassikers lässt euch entweder im normalen Modus spielen oder ihr treibt die Spannung durch Aktionskarten und besondere Decks weiter nach oben. Dank Entwickler Ubisoft gibt es beispielsweise die Rabbids, Just Dance und Rayman als Themen. Durch die Modifikatoren erlaubt ihr den Einwurf gleicher Karten oder das Hochzählen des Plus-Zwei-Specials. Ein Schadenfreude-Garant. Die Ubisoft-spezifischen Themen mischen jeweils vier besondere Karten ins Deck, die einen Rabbit über das Spielfeld scheuchen oder Zufallseffekte auslösen. Zu zweit an einer Konsole könnt ihr euch im 2 gegen 2 Modus der KI stellen. Sich gegenseitig in die Hände zu spielen und zu erraten, was das Gegenpaar vorhat, birgt großes Spaßpotenzial. Das Ziel von Monopoly ist recht schnell erklärt. Ihr wollt eure Mitspieler in den Ruin treiben. Dazu kauft ihr so viele Straßen wie möglich auf dem Spielbrett, wodurch ihr Miete einnehmt. Habt ihr alle Felder einer Farbe, treibt ihr die Preise durch Häuser und Hotels noch weiter in die Höhe. Auf der Nintendo Switch schwingt ihr euch entweder auf dem klassischen Spielbrett oder einem mit Rabbit-Thema auf zum Immobilienmogul. Es gibt aber auch drei charmante animierte Fälle, Stadt, Vergnügungspark und Spukdorf. Eine Partie Monopoly geht bekanntermaßen sehr lange. Die Nintendo Switch-Umsetzung bietet daher schnellere Spielmodi. Warum soll nicht mal der Spieler gewinnen, der als erster 2000 Dollar besitzt oder 500 Dollar Mietkosten eingenommen hat? So steigt der Konkurrenzdruck und damit der Spaß. Für noch mehr Pep sorgen die Aktionskarten. Egal ob ihr ein freies Grundstück aus dem Nichts heraus zur Auktion freigebt oder eine Ereigniskarte zieht, ihr könnt eure Mitspieler perfekt überraschen und aus der Fassung bringen. In Istanbul beweist ihr euch als bester Kaufmann der Metropole, indem ihr schneller als die Konkurrenz fünf Rubine ergattert. Den Namen habt ihr vielleicht noch nicht gehört, doch das Brettspiel von Rüdiger Dorn wurde mit Preisen regelrecht überschüttet. An die begehrten Klunker kommt ihr nicht leicht. Ihr müsst zum Beispiel Waren beim Sultan abliefern, der immer mehr von euch für die Steine verlangt. Istanbul wandelt sich stetig. Je nachdem, wie die Orte mit ihren Effekten zum Spielstart angeordnet werden, ergeben sich ganz eigene Taktiken. Und vergessen wir nicht die Bewohner. Euer Händler muss für Aktionen seine Gehilfen an Orten zurücklassen. Und dazu mischen noch weitere Figuren auf dem Spielplan mit. Da kommen Planer und Knobler voll auf ihre Kosten. Die Möglichkeiten sind groß, aber die Regeln überschaubar. Da die Digital Edition von Istanbul Touchsteuerung unterstützt, könnt ihr euch sogar gemeinsam um die auf dem Tisch liegenden Nintendo Switch versammeln, um euer Handelsgeschick zu beweisen. Ein Haus, ein Mord, eine Handvoll Verdächtiger. Das sind die spannenden Grundzutaten von Cluedo. Das Prinzip kennt ihr sicher. Ihr stellt Vermutungen an, wer die Tat wo mit welcher Waffe begangen hat. Zeigen euch die Mitspieler entlastende Hinweise von ihrer Hand, könnt ihr schon mal Verdächtige ausschließen. Wenn nicht, seid ihr der Lösung auf der Spur. Die größte Besonderheit an Cluedo auf Nintendo Switch sind die vielen Schauplätze und Figuren. Ob klassische Villa oder Maskenball. Die schön gezeichneten Illustrationen geben jedem Setting ein eigenes Flair an. Die Beweistabelle aktualisiert sich automatisch, doch aus den Hinweisen den richtigen Schluss ziehen, das macht ihr natürlich selbst in spaßiger Detektivarbeit. Für das gemeinsame Spiel auf einer Nintendo Switch lädt jeder Ermittler eine Companion-App für die verdeckten Karten auf sein Smartphone. Und damit endet diese Folge der Nintendo eShop Games Selection im Zeichen der Spielbretter, die die Welt bedeuten. Vielen Dank fürs Zusehen! happen! we will wir .